wie direkt direkt bei haupt ich kann nicht bei technologie kann ich diesen sauerstoff wieder verwehrter machen dafür 60 mal sauerstoff ja genau den habe ich einfach nur eine falsche stelle gebaut anscheinend dann will ich schon dass man den sauerstoff haben ich brauche 30 sauerstoff ohne metallplatte um diese komische raffinerie zu bauen aber wo braucht man die sind keine ahnung die ist irgendwie tragbar ich glaube die kann man auch im metal bauen ach baumenü mit y aufrufen alles klar sauerstoff 7 von 30 die metallplatte habe ich schon mal ist okay sauerstoff 17 habe ich gerade aufgesammelt warum auch immer ich gerade einen uran gesammelt habe ich bin wahrscheinlich einfach durch die luft gelaufen kann ich nicht theoretisch meinen sauerstoff geben weil ich habe 17 stück und dann kannst du das bauen wenn wir ihn noch haben also ich weiß nicht ob wir handeln können aber ich nehme immer stark an wir können handeln ja nur das reicht noch nicht wir brauchen 30 ja wie viel sauerstoff hast du dann ich glaube jetzt so containern die hier liegen also einen davon kann ich bestimmt öffnen die anderen beiden sehen irgendwelche sie nach so komischen pass containern aus alpha pass etwas pass dein ist sauerstoff was ist das natrium habe ich bekommen ich brauch sauerstoff natrium 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 ich finde hier ist kein sauerstoff hier wo ich bin hier sind zwei sauerstoff pflanzen okay ja sondern erstmal weiter auf vielleicht kriegen wir bei dir die 30 zusammen ich habe die 30 wird dann bau denen geht es den schiffen zurück und bau diesen tragbaren scheiß dann kann man den vielleicht beide nutzen mache ich ich hoffe das gilt dann auch für beide als abgeschlossen keine ahnung was dann sehen dass wir eben dieses komische gelbe feld gefunden haben wo wir alles ab rahmen können so was jetzt noch mal in rot wenn nicht schlecht gewesen war das wird fett ich habe schon wieder uran bekommen ach das kriegt man als bei produkt wenn man steine abbaut verdichteter kohlenstoff alles klar kohlenstoff und sauerstoff kriegst du verdichtete kohlenstoff aber für den brauchen glaube ich ich glaube wir brauchen reines fritt das ist das jetzt aber wie macht man den rand ist für wird brauchst du glaube ich nur für red für da fängt das ding wieder an zu blinken fritt staub da rein des fritt ja komm und gib ihn ich glaube dass man ganz so für ritt staub da rein noch ja also da ist jetzt 100 reines fritt drin rein des fritt 120 stück überletzt kann ich jetzt irgendwie geben hat ich guck erst mal wie viel ich da brauche ich glaube nicht 120 stück so schubdüsen repariert start system online die raffinerie kannst du glaube ich mit mittlerer maustaste einpacken ja ich habe mir auch mal gerade reines fritt gebastelt tap so dass da aha jetzt bin ich auch ready glaube ich alle systeme funktionieren klären zum schiff zurück hast du das auch ja geil okay dann zählt das wirklich für alle wenn das einer schon mal gemacht hat ach geil suche antworten in den sternen hebe mit w ab aller ich fliege richtung berg ich fliege richtung berg wo bist du ach du fliegst noch nicht ich bin noch nicht am fliegen ja kann ich irgendwie wie kann standen stopp kacke gewahrt oh nein au 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 alter mir wird schlecht Ich seh dich Mir wird gerade hart Ich weiß nicht mehr wo ich bin Ah ich seh wieder die Planetenoberfläche Ich bin froh und so Also die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig Ja Ich fliege gerade mal in den Himmel Quasi Ja Ich seh dich und so Ah du bist Vor mir alles klar Ich flieg dir hinterher und so Du fliegst jetzt nicht weiter Ja quasi Okay Tab zum überspringen Was machst du Man kann hier die Asteroiden zu schießen und kriegt Zeug Alles verschießen Ja man denkt dran das muss doch alles wieder aufladen ne Und die Steuerung ist aber AIDS alter mit der Maus Ja Ich flieg dir jetzt auch gerade halb mitte ja ne Ja Ein boost mit L Alles klar Oh nein Wenn ich das schon höre Alter Impulsantipp zu testen Oh das war aber Impuls Eingehende Frequenz Eingehende Frequenz Du bist nicht allein Koordinaten eingeben Alles klar Wo bist du eigentlich jetzt? Hinter dir Ja Warte ich drehe mich mal um Aber ganz weit Kaum viel von Nutzerfall Ja Ganz weit hinter dir tatsächlich Ankunft ein Tag Leute So Impuls Oh lord du crashst an mir vorbei Nice Ich habe nichts gesehen Du musst auf dieses rote Du musst auf das rote Signal zu halten da ne Ja Auf dem Planeten Da mach ich auch gerade mein Impulsantrieb Denkst hin Alter wie dort schon Impuls ist ne Da bin ich ja gar nicht so interessiert Mit Warp ist Ich glaube das sind andere Spieler Das kann sein ja Aber es gibt auch NPCs Mit Schiffen Es gibt sogar ganze Flotten hier Die einfach so auftauchen Wo du Schiffe kaufen kannst Wie zum Beispiel ein Trägerschiff Alla Wie krass das gerade hier Ein bisschen eskaliert ne Mit dem Impulsantrieb und so Ja Aber ich finde es klar Das ist auch mega nice Oh du bist weg Oh Alter ich Folge den Koordinaten Alles klar Ich folge den Koordinaten und so Bist du unter mir Hinter und unter dir Ja Siehst du mich Äh ja Krass Steuerung in dem Schiff ist aber echt scheiße Ja ich glaube das ist aber tatsächlich Gewöhnungssache Ja Lande mit eh Ach da hinten bist du schon Alla Ja das ist aber tatsächlich richtig Weil wenn du höher fliegst kannst du schneller fliegen Ich bin davor dass ich gerade ausfliegen kann Oh Junge Boah man gebe mir niemals den Führerschein Das ist das rote Rote Seen hier Ja Ja I'm a little bit in love with this game dude Aschewinde Fauna Flora Brems Oh nein Erstmal ein paar Sachen scannen Ich habe gerade voll die Bäume mitgenommen Ich will landen Landen Oh Ja war doch easy Erstmal scannen Was haben wir denn hier Wo ist mein Raumschiff dude Können wir auch irgendwann mal in einem Raumschiff fliegen Das weiß ich nicht Ob es schon zwei Sinister gibt Dass man sagen kann Der Raumschluss ist groß genug für zwei Ach Wärmeschutz Ja komm Was ist so jetzt Kristallsulfid Wat Wo bist du Wo bist du Ich bin im Wasser tatsächlich Und ich habe versucht das Ding abzubauen Aber es hat gesagt Nene Ich kriege gerade auch ein bisschen Rotes Aids Und so Oh hier ist wieder so eine Alter hier ist eine Mörserpflanze Ach da bist du Da oben sind wieder Natriumpflanzen Und Sauerstoff ist da oben tatsächlich auch Ich sammle Natrium Hier nimm dir eins Und was bist du Knack Irgendein Ding Hier ist zweimal Sauerstoff Oh Hier wo ich jetzt stehe Einmal habe ich aufgenommen Alter Lauf doch So jetzt laufen wir aber erstmal wieder zurück Ja Die kannst du auch scannen Gibt auch nicht Kohle Ja Ich habe da so ein Nein geführt Oh da hinten ist so ein rotes Feld Da Warte warte Lauf nicht so weit weg ne 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 ich bin Das ist bei uns Da hinten Okay Siehst du wo man lässerstrahlen geht Äh ja Ja Da ist das rote Feld Von Sauerstoff Ah Ah ok Ja Erstmal hinlaufen Alter Alter Die Steine die hier rumliegen Sehen aus wie Landminen Was ist hier los Ist nur ganz eine Menge Sauerstoff Coolen Stoff Alter hier können wir uns richtig gerne mit Sauerstoff voll betanken Yes Ich habe jetzt 82 Sauerstoff auf dem Mund Und du Warte Gib mir Geld für scheiße Die Scanner Die Smarties hier will ich scannen Kann ich nicht Okay Ich habe keine Ahnung was ich aufgenommen habe Aber ich kann dir das jetzt gleich sagen Ich habe Sauerstoff Jetzt insgesamt 195 Okay ich habe 134 Was bist du denn Reines verrippt Basalt Fortgeschrittene Minen Ne sehr erforderlich Ach hier müssen wir Als wir erforschen schon die Welt Ja wir haben erstmal das Wichtigste geholt Weil als meine Sauerstoffbalken so schnell runtergekrabbelt ist Dachte ich mir so So was Gut hat man da direkt so ein ganzes Feld gefunden Am Alter Basiskomputer Unterhörtig Terrainmanipulator Ja den können wir sogar relativ easy bauen Chromatisches Metall Alter Alter das ist ja echt easy Brauchst du den? Ähm warte Bei dem Multiwerkzeug war das ne? A A